Hallo liebe Leser und Leserinnen vom Festival Stalker. Wir sind heute in Fröndenberg und spielen unser Jahresabschlusskonzert der Tonfisch Tour 2018 und freundschafts nächstes Jahr, denn da am 25. Januar erscheint unsere neue CD. Ey, das ist meine! Das ist die neue CD, das ist nicht deine. Und ihr habt die einmalige Möglichkeit diese zu gewinnen natürlich. Mein persönliches Exemplar. Und dabei wünschen wir euch ganz viel Glück. Ja und guckt mal in die Tourdaten. Vielleicht sind wir auch in eurer Nähe. Wir wünschen euch einen guten Jahresabschluss. Schöne Silvester, schöne Weihnachten. Bis im nächsten Jahr. Eure Tonfische. Tschüss. Tschüss.